Wir haben jetzt den 30. Ich bin hier am Rhein, will das Feuerwehrschiff filmen. Jetzt sehe ich die Anja. Anja, du wolltest mir anlässlich eines Geburtstags von der Frau Marder was sagen. Und zwar hättest du eine Gegendarstellung. Ganz genau. Ich wollte das dementieren, was die Sonja behauptet hat. Der Rhein gehört nicht der Sonja allein. So ein bisschen gehört er auch mir. Welcher Abschied gehört also dann dir? Mir gehört der von der Rheinbrück bis hin an die Insel. Okay. Und hast du sonst noch eine Botschaft für alle Gänzheimer? Also ich finde das Geld, was die jetzt in das Feuerwehrschiff investiert haben, hätte sie ins Hallebad investieren können. Okay. Wäre vielleicht mehr damit geholfen gewesen. Gut. Ich danke dir. Wie heißen deine Hunde übrigens? Wir sind uns. Paul, sitz. Und Bruno, setz dich hin. Paul und Bruno. Bruno, setz dich hin. Bruno ist brav. Das sind zwei schöne Labradorgen. Stimmt das? Schöne Labradorgen. Bekannt in ganz Ernst. Die ist brauche auch. Genau. Meistens gut erzogen, aber nicht immer. Okay. Ich danke euch. Okay. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wir haben einen Album. Wir haben alle weg. 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 Und dann können wir die Koppel poo. Das war in der anderen Seite. Ich werde nochmal weg. Anmeldung. Ein großesチörer. wird alles bei Bord geben. Wir haben alle weg. Ja, ich kann alle weg. Das Spiel wird mit einem Gassenfoto eingetragen und sagt immer, ein Geissetze für dich. Norddeutscher Rundfunk 2020 Rundfunk 2020 Rundfunk 2020